Also es tut mir leid, dass das Video mal wieder ohne Facecam sein muss. Es fackt mich so ab. Ich habe eine Webcam-Einstellung geändert und das hat einfach das ganze Gleichgewicht zerstört. Also habe ich es ganz schnell geschnitten, also jetzt das Video auch kurz. Es tut mir leid, aber ich habe die Webcam-Einstellung jetzt, also ich habe es jetzt gefunden. Es ist wie vorher und jetzt stimmt alles. Es wird nie wieder vorkommen. Es tut mir leid und viel Spaß bei dem Video. So, also, hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten Video auf meinem Kanal. Ein paar von euch haben sich ein Peck-Ovening gewünscht und das Team der Woche ist diese Woche echt kompetent. So Spieler wie De Bruyne, Zweiter in Form, Özil, Benzema, Zweiter in Form, Menez, Cabela, die sind alle recht gut. Und es gibt in ihren, wenn ich den ziehe, dann rastet sich natürlich übertrieben aus. Und es gibt gerade Happy Hour Packs wegen dem Foot United. Das ist ja jedes Jahr, da kann man dieses Jahr eine Reise zum El Clasico gewinnen. Außerdem, ich spiele auf Xbox One, ist Laurent Blanc gestern rausgekommen. Hat unter anderem auch beim Menü gespielt. Ist halt eine richtig geile Legende. Aber ich bin ja nicht so viel reden. Ich öffne sofort das erste Peck. Komm schon, 15k Packs werde ich öffnen, weil 25k Packs aber immer scheiße sind. Und ich ziehe. Jiru. So Pack Nummer 3, ich werde alle 20 öffnen, übersprungen, Chiriche, ach du scheiße alter. Gebt mir doch mal einen seltenen Spieler, nur Chiriches, was ist das bitte? So, ich werde mal wieder, das habe ich in meinem ersten Pack umgemacht, ich werde Pack Nummer 5, 10, 15 und Pack Nummer 20 abstoßen. Es sollte nicht so schlimm sein, aber wenn ich dann so Messi ziehen würde, dann freue ich mich auf Kamera. So, 15k, Pack Nummer 4 ist es jetzt, übersprungen, Martins, Marlos, Fernandau, Chiriche, einfach alle selten, aber alle scheiße linken Kapitän, Marco Marien ist gewechselt. Okay, vielleicht ist er was wert, nein, okay, dann halt nicht irgendwas hier hinten. So, Pack Nummer 5, Abstoß Pack Nummer 1, jetzt bitte nichts Gutes, wenn jetzt irgendwie die Bräune zweiter Inform kommt oder so, ich rast komplett aus. Bravo, kann ich mit leben, hinten wird auch nichts Gutes drin sein, ah 2000 Münzen, das ist ein bisschen scheiße, aber egal, alles abgestoßen. Pack Nummer 9, jetzt bitte, yay, bitte. Äh, Marta, okay, Marta, okay, Marta ist da nicht ein Pack, das, das, damit kann ich leben, das ist recht gut, wie viel ist Marta wert, wahrscheinlich nicht so viel, aber, ja, okay, so 4000, und Schirle wird auch nicht viel mehr, äh, Schirle. Das darf ich jedoch nicht viel mehr sein, ah, 9000, okay, das erste gute Pack bis jetzt, Pack Nummer 10, Abschluss Pack Nummer 2, wenn die mir jetzt einen guten Spieler gibt, man, das wäre einfach so lächerlich. Aber die geben ja nur Pereira, der seit neuestem bei Hannover spielt, aber egal, damit kann ich leben, ich hätte es sowieso abgestoßen, Bartz, weg damit. Ne, du warst im Rager vorgestern so scheiße, du wirst jetzt einfach wieder schnell verkaufen. Ich hatte aber drei Millionen Fehlpässe in dem ganzen fucking Spiel gespielt. Bellahini, du warst auch scheiße gestern, weg damit. Pack Nummer 15, zweitletztes Abstoß Pack, fast verkackt, des Sanctis, oh mein Gott, Alter, ich könnte jetzt die nächsten 5 Packs abstoßen, das würde einmal keinen Unterschied machen. Ich habe bis jetzt fast jedes Pack abgestoßen. Einfach nur Starish und Marta mit 300.000 Coins, einfach lächerlich. Chiriches mal wieder. Dankeschön. Was darfst du für scheiße? Kolumbien, das ist geilste Trikot und ganz Fußball und die kaufen sich die Rechte dazu nicht. Pack Nummer 18, glaube ich, ist das jetzt. Ich habe auf jeden Fall noch drei Packs. Bitte, komm schon. Das wird einfach so langweilig ein Video, wenn es noch... Oh, der 75er Werbungsspieler. Mann, das Video wird jetzt saulangweilig, wenn ich jetzt nichts ziehe. So, das letzte Pack, was ich behalten darf. Jetzt bitte, ey. Ohne Scheiß, ne. Deswegen kaufen sich Leute Coins, weil die einfach drei... Wenn man Packs zieht, dann verschwende man einfach 300.000 auf so eine Scheiße. Das kann doch nicht sein, Mann. Jetzt bitte, bitte gebt mir einen guten Spieler. Das ist einfach das Trickbeste, was ich bis jetzt gezogen habe. Und er ist auch nichts wert. Penazia, toll. Unter 2000. Kranker Scheiß. Ich freue mich so richtig hart, dass ich Penazia gezogen habe. Aber immer ein, 2000 Münzen. Yay, Alter. Das letzte Pack, das muss ich abstoßen. Aber es wird ja sowieso nichts Gutes drin sein. Es ist ja EA. Salao. Wow. So. So, wahrscheinlich ist langweilig ein Pack aufnehmen, was ihr je in eurem Leben gesehen habt. Aber ich kann ja nichts dafür. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen, weil ihr irgendwie eine Geschmacksverirrung habt. Wenn ihr weiter Gepäck auf links oder weiter sehen wollt, drückt abonnieren. Und ja, am Dienstag kommt dann das nächste Video. Ich bin mir aber nicht sicher, was da dran kommt. Ja, und dann kann ich das alles sagen. Außer tschau, bis zum nächsten Mal. Und die A's sind dreckige Hohenzöhne.